Du sagst ja, ich muss Raid so ganz sorry, Oryx muss legen Ich zu ihr so, ich muss nicht so, ich muss suchen Aber man sagt, die Tufts dann so, ja klar, verstehe ich, ich hab ihn erst gestern gelegt Also, Nico, Luigi, Rio, Leon, Skilly und ich, perfektes Team Wir sind alle da, komm, Rita Kinn Ey, totes Hocke, was geht da? Leute, wenn ich heute nicht so aktiv im Chat bin, dann tut's mir leid, aber wir wollen ihn heute unbedingt lesen, äh, legen diesen Lutschat Scheiß aufs Chat Ja, der wiedere Scheiß Chat da, ey Kupi, komm links Konzentrier dich da Also, ich geh zu Kupi im Stream, du, sag Kupi Äh, Kupi Was, 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 was? Wir können weitergehen Nein, nein, Nico, Nico Kupi Luigi Leon Morio Alter, ich bin gerade erst online gekommen mit eurem Base Ich muss euch erst mal einspielen Nein, ihr seid völlig bescheuert, ihr seid ihr, Mann Was für einspielen, Alter, du spielst dich mit Oryx ein, wir machen jetzt First Friday Wir machen jetzt First Friday, ne Natürlich In die Mitte Bio Ich hab, ich hab Nacht davon geträumt, Alter Ich hab auch davon geträumt, Alter Ich hab auch davon geträumt, das ist richtig schlau Ich hab auch davon geträumt, das ist richtig schlau Ich hab gedroppt, wir haben immer auf 3x, er gerade gedroppt, das ist mein Traum Ich hab den Griff hoch Ich probier auf, du тонig Nein, 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 ne Ich hab nicht, aufpassen, er schlägt Er schlägt Ich bin jetzt online gekommen 3, 2, 1, hoch 3... Terre 5, Terre 5, Charles Ich lass denектор grundゲenquis Ich hab den Alan междуipe up mit上ressen und jetzt mach den down Mach den down, einster Run! Oh verdammt! Okay, sehr schön, ein sehr schöner Schaden Wir hätten drauf! Viele bessere Schaden, wie gestern! ... ich bin einfach weg, ich Idiot! Okay, laufen! Oh mein Gott, ey! Ich liebe dieses Spiel, meine Fresse! Oh! Ich hab so ein Schiss, ich bin auch so ein Schiss, ich hab so ein Schiss! Ihr seid so bespferd, ihr müsst keinen Schiss haben! Ihr müsst keinen Schiss haben! doch so wie können sie werden Jungs dann zu sterben ich kenne die Begründung durch die Welt stirbt es wird schon fahren Borja ich bin ein paar Blätter und das ist das Problem ist einfach der beste ich bin der beste Gäste und er hat er sich auf der anderen Seite kommen wir sind schon mit dem Fall das kann nicht wahr sein es ist die Idee und die Achtung ist die Ehe ich meine Lucia war der Beste im sterben schlecht moment er geht nach hinten er geht links nach hinten er geht zu Luigi Ok, da geht zu Luigi Schlechtes Zeichen Oh, ich weiß einfach schon, dass Luigi sagt Ok, macht euch ready Luigi, du musst nach mir hoch springen Ich bin gerade das Online-Kongrupp, Christian Ok, also Nico, Luigi Leon, Ryu Luigi, bist drauf Gut Achtung, das Schiff Ich hab Waffen des Lichts In die Mitte Ok, ich bin falsch rum gesprungen, in die falsche Richtung Ich mach Waffen des Lichts in die Mitte Ja, da haben wir mehr Damage gleich Ich mach auch Halt auch Waffen des Lichts zum ganzen Schluss Ok, aufpassen Wurste Ich schlägt jetzt erst Ich schlägt jetzt erst Ja, ich schlägt jetzt erst Ok, euer Ernst, der Empfinden 3, 2, 1, Feuer 7, 6, 5 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 In die Bubble 1, 2, 1, 3 Ich gebe die Preizeite mit der Surus Was? Ich gebe ihm nicht? Doch, mein es müsste auch gut gehen Das schädt manchmal nicht Ja, ist voll gelastet Komm, 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 komm Komm, 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 komm Ja, das reicht, das reicht Du bist nicht hochgegangen Aber das reicht Ich glaube das war ein bisschen wenig, oder? Ja, das reicht aber auch nicht Hat der neben? Egal das reicht Hat der unter der Hälfte? Wir müssen rennen, wir müssen rennen Boah ist das knapp Dann haben wir haben wir trotzdem haben wir wieder kugel aber keiner sterben keiner einziger noch sterben einfach sonst wird es einfach zu schlimm ich kann das jetzt am ganzen körper warum zittern junge es ist noch gar nichts passiert so weit kommen wir hundertprozentig jedes mal also wenn ich du würd ich auch zittern ich gesagt aber ich muss noch zu sagen er geht noch ganz normal links da kommen ja nico ich bin doch was also nico luigi leon habt ihr alle bessere waffen außer ich jetzt ich habe jetzt sauber so was macht so viel schaden ja die sind mega geil also ohne witzes war so viel spaß versuch für die mitte aus auch ich komme bis zu spät kommt rein das ist wieder direkt genommen vor schläge 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 und hoch 3 2 1 down 7 6 boah meine fresse 4 3 2 1 sein auf auf jetzt haben wir die Hexen noch Munition einsammeln für die Hexen ich kann jetzt gesagt habe ich kann es kann der letzte und das gedanken der letzte und einfach nicht oder ja der der ritter geht die ritter geht die ritter und rechts auf dem platten und gilt bitte die gegner die reinlaufen soll ich bin der erste ich hoffe ich bin der letzte weil ich bin der runner ich darf gar nicht sterben in der hexenphase sonst muss ich mal anders machen ich weiß aber das ist das ist trotzdem scheiße ich kann gut machen ich weiß aber trotzdem blöd weil wenn ich wieder da bin dann ich kann noch mal macht nicht schon da und ich wurde rein geportet ich bin direkt vor dem gesicht ist es ein ernst ist außer wo mein gott oh mein gott auf drauf haben wir mehr schweißen dauerst dauernd dauernd der schweißen der er geht noch rechtlich ich glaube ich kann so machen neiner gibt es warte gucken auch ein bisschen zu dir wie es wieder um einstieg und auch mit ok aufpassen Luigi und Leon aber doch selbst wahrscheinlich in die mitte wortze in oberfahrt das geschwohnt Waffen ist nichts, in der Mitte, Waffen ist nichts. Ich down, down, down. Ich gehe auf den Ritter. Der Ogre von Dabugakisch. Komm, 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 auf den Ritter. Ritter down, oder? Okay, okay, ging ich down. Okay, drei, zwei, eins, gut. Und drei, zwei, eins, Feuer. Sieben, sechs, fünf, vier, eins, zwei, eins, zwei, eins, rein. Eins, zwei, eins, raus. Mein Gott, mein eigenes Kugelkippen schaust. Zieht Synthese für auch MGs oder was ihr habt. Hier noch eine Runde. Damage, nee, vielleicht schaffen wir es, oder? Nee, 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 letzte Runde. Nur mal eine einzige Runde. Also nochmal die Hexe, alle Synthese ziehen und so, wenn es geht. Ich habe zwei Schuss, dann auch sie sind. Ich habe dieses Ritter killen, Ritter killen. Ich habe wieder dieses Fest, die ganz dauerne. Ich habe meinen Anker. Okay, ich kann auch. Ich muss einfach nur überleben, einfach nur überlebensbilden. Ich bin auch drin, aber ich habe fünf Schuss. Wo ist das scheiß Ding? Hinter uns. Ich bin auch drin. Nein. Hinter uns, hinter uns. Es passt da und es geht rein, es kommt rein, es kommt rein, es kommt rein. Alle drauf, alle drauf, alle drauf, alle drauf, alle drauf, alle drauf. Nee. So ist sie. Okay, wir machen sie, wir machen sie, wir machen sie, wir machen sie. Ich bin auch eingekommen. Hier bei mir, vor mir, vor mir. Ja, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Ich mache euch. Schön, schön, schön. Ich habe Waffenes Licht für allerletzte Runde. Seid schön. Okay, mach dich noch rein, er ist auf seinem Platz. All auf dem Platz. Er geht zu Leon wahrscheinlich. Geht zu Leon wahrscheinlich. Oder geht nach rechts hinten? Zu Leon wahrscheinlich nach hinten wahrscheinlich. Ich glaube, ich glaube, das ist ja auch die vierte Runde, ich glaube, er geht auch noch hinten. Er geht nach hinten zu Leon. Er geht nach hinten. Okay. Mein zu Leon. Hör auf zu zittern. Hör auf zu zittern. Kann ich später. Das ist easy. Also auffassen. Nico, Leon, Ryu, Hupi, Luigi. Ab von der Ober. Ich habe mich in die Mitte. Oh mein Gott. Soll ich jetzt schon was ist Licht machen? Ja, mach jetzt schon. Geht der Oga, der geht jetzt mit den schwarzen Dingern. Das Oga hat mich. Okay, schade. Egal, zurück, zurück. Er schlägt, er schlägt und hoch. Skili. Skili. weit machen weil es auch mein drauf sieben 6 3 was die nahe wohl zu schluss ich kann eigentlich nicht mehr egal egal noch nicht ist auf die bekommen könnte ich auch wenn ja ich nein es ging auch um ein gott ich kann mich nicht mehr mit dem ich glaube ich will Ja, hol dich wieder, hol dich! Geht nach vorne! Geht nach vorne! Geht nach vorne, hol dich! Los, los, los! Skitty, hol dich! Und jetzt ballert, was ihr habt! Ballert, was ihr habt! Ballert, was ihr habt! First Strike! First Strike! First Strike! First Strike! Ihr seid die besten, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab die Pistole! Ich hab die Pistole! Nein, ich hab die Pistole! Ihr seid die größten! Ich bin grad erst nach Hause gekommen, Mann! Vor 10 Minuten nach Hause! Foto! Foto! Guck ihr an! Foto! Guck ihr, der alle, der wegfliegt! Oh mein Gott, ihr seid die größten, Alter! Ich liebe euch! Ich bin grad erst nach Hause gekommen von der Arbeit! Ihr habt mir alle kaputt! Wir haben alle kaputt! Ihr seid so ein Pistole! Oh mein Gott, wir sind die größten, Alter! First Strike! Oh mein fucking shit! Geiler, Alter! Hat ihr mal zwei Waffen bekommen oder sowas? Und wir haben gestern 6 Stunden für diesen Scheiß gebraucht! Das kann doch nicht wahr sein! Hey! Ich flieg kurz zum Tor! Ich bekomme noch Rüstung! Oh mein Gott, ich komm nicht auf mein Leben klar gerade! Oh mein Gott, Mädels! Oh mein Gott! Ich hab die Scout-Gewehr! Alter! First Strike! Oh shit! Ich kann grad nicht, Mann! Ich bin grad down! Leute! Holy shit! Was ist das gefressige Herz? Ich hab das gefressige Herz! Nein, 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 nein! Das gibt's nicht, Mann, Alter! Das muss direkt auf Youtube hochgeladen werden! Ich hab's aber nicht, ich hab die Aufnahmen nicht gestartet! Was ist das gefressige Herz? Egal, egal, ich mach's von Twitch! Ich nehm's von Twitch, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!